So, da steht er nun in der Ecke... Da steht er. Batman. Willkommen zu einem weiteren Teil zur Batman-Reihe, Videospiel-Reihe, die eigentlich am gelungensten Batman-Reihe, die ich bezüglich finde. Da es einfach alles hat, was ein Batman teilhaben sollte, vom Spielmaterial, vom Spielinhalt her. Und ich werde einfach mal weiterspielen, wo wir aufgehört haben. Nämlich, wir sind hier dort, haben wir die Harley Quinn. Ja, die Bad Boys, da haben wir kaputt gehauen von der. Und die ist dann entkommen. Jetzt müssen wir halt ihr wieder hinterher. Und... Nee, hier geht's nicht lang. Und müssen jetzt irgendwie uns einen Weg bahnen, da auch ganz viele Insassen jetzt freigekommen sind wegen ihr, weil sie die Stromvernetzung, die die Gegner beisammen hält, ausgeschaltet hat. Und ähm... Ich hab ein bisschen Angst. Weil ich das nicht mag, wenn irgendwie äh... Leute auf einen zu rennen. Könnt ihr durch? Ja. Boah, der kruselt sich, oder? Boah, die sehen auch so kacke aus. Warte mal. Können wir das jetzt sehen? Nee, die liegen alle auf dem Bauch. Gucken, ob hier auch wieder ein Rittler-Rätsel ist. Hier blinkt was. Ende aller Tage. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich... Oh, das sieht gut aus. Nee. Nee, wirklich nicht. Okay. Oh, das sieht gut aus. Nein. Das ist wahrscheinlich irgendeine Zelle. Oh. Irgendeine Zelle, die wahrscheinlich ähm... anders aussieht, wie die anderen Zellen. Selbst für einen gefeierten... Hinsassen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich eine Zelle finden, die jetzt ein bisschen mehr ähm... Ah, das sieht doch mal... Das sieht doch... Ah, siehst du? Wer hat schon so eine Zelle, ja? Wer hat schon so eine Zelle? So, was müssen wir denn überhaupt lang? Wer ist das? Achso, das ist der, dem die Zelle gehört wahrscheinlich. Auf kurze Zeit haben wir eine Fixierung... Manche haben schon komische... Komische Hobbys. Oh, der sieht fällig aus. Arnold. Oh, das gibt doch mal eine Ängstchen... Boah... Kneipenschlägerei... Kneipenschlägerei, kann ich mir gar nicht vorstellen. Verbesserung, geht das? Nee. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte eigentlich Schieder... Dahin... Okay, glaube ich, ist nicht mehr so weit. Dann jetzt hinter mir... Oh Gott... So... Hier durch. Das geht nicht. Das können wir mit unseren... Neuen Gadget freischalten. Dann tun wir nämlich die Sequenz stören... Und ähm... Machen somit... Den Stromkreislauf kaputt. Aber hier waren wir doch auch schon. Anders? Andere? Nee, andere Seite. Komm ich hoch? Ja. Aber hier war ich doch. Bin ich jetzt falsch gelaufen? So... Ich renne einfach mal jetzt hierher. Weil ich nicht weiß, ob ich hier richtig bin. Eigentlich... Nicht. Oder doch. So... Und dann will ich ja da lang... Ging ja nicht... So... Na ja, warum will ich dir jetzt in den Kreis glauben? Dann gehe ich hier die Tür auf... Da komm ich auch her? Ja, dann muss ich links. Dann muss ich links. Aber da würde ich ja irgendwo her glauben. Warte mal. Genau, dann ging es ja nicht weiter. Also muss ich. Oh Gott, jetzt wird es kompliziert. Warte mal. Wenn ich hier hergehe... Klar habe ich die Leute umgenietet. Dann gehen wir jetzt mal da hinten her. Hier rechts, genau, zack. Ich glaube hier sind wir richtig. Ähm... Rittler... Oh, zwei sogar. Wenn sich etwas direkt vor dir befindet, aber den Weg noch verborgen ist. Prometheus, der von allen Wächtern in Arkham meistgesuchte und meistgehasste. Puh. So. Das wird schwer. Die Rätsel jetzt... Die Rätsel jetzt... zu lösen. Hier komm ich schon mal nicht weiter. Da komm ich auch mal da. Da komm ich auch mal da. Nope. Muss man auch immer im Auge behalten. ob man oben vielleicht durch kann oder unten. Ich muss glaube ich einfach gerade aus. Und hier ist irgendwas... Oh, wo ist das? Oh! Oh! Puh! Himmel! Zum Glück! Ja! Nur für Männer! Was denn? Was denn... was? Was ist hier los? Okay da 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 da... Na komm. Achso, jetzt haben wir schon wieder zwei Minuten. Zack, zack. Was? Keine Panik. Alles ohne Control. Der irgende Hexe. Ich will noch mal da rein. Nee, ich will da jetzt noch mal rein. Ja. Ah. Victor... Achso, hier ist das Gift drin. Ich muss wahrscheinlich erst ablassen. Da habe ich noch was gesehen. Ich brauche diese Narbe, ich will diese Narbe! Wann ich noch nicht? ich musste irgendwas aktivieren jetzt sagen muss ich jetzt nicht mehr reinkommen da war auch noch eine mauer da gesehene ist der aus der wächter falsch gehen wir jetzt am besten noch mal dahin wo die zwei wächter waren denn das ist für mich noch nicht wahrscheinlich ist es hier drin kann ich das von hier aus sprengen tja naja das dauert jetzt ein bisschen glaube ich ich glaube ich muss ja irgendwas erst erfüllen damit ich hier weiter komme dann gehen wir jetzt am besten noch mal zurück ich habe sonst nichts zu tun jetzt und gucken mal wo ich jetzt lang muss jetzt sollte er irgendwie nie so ganz oder sein und und wahrscheinlich gelang, weil hier auch wieder Zähne sind. Eine Falle, ein Hinterhalt, aber ist es nicht. Der ist doch gestört. Schon kaputt gemacht, gut. Alter Schwede, Junge. So, nochmal Rittler-Rätsel. Was hat vier Mauern? Was hat vier Mauern? Keine Ahnung. Schon wieder eine Zähne, oder? Wieder eine Zähne? Objekt zu klein a. Schon wieder so, oder? Was ist los? Es ist ruhig. Zu ruhig. Oh! Bounce! Das ist doch eine Truff, du! Idiotu! Wie die aussehen. Genial, oder? Genial, genial, genial. Ekelhaft. Genial, gut. Oh, nee, wo ist das Tor? Ka-Chao. Wieder ein Tor geöffnet. Da gehen wir jetzt gleich durch, aber erstmal gucken, was hier überhaupt so rumliegt. Nämlich. Nämlich. Tonband. Von. Victor. gibts raus. Du hast nicht so gut auf die Medikamente an. Hallo, alles. Alles klar her. Wenn du mal weißt, wir alle sprechen und schneiden. Und schneiden und schneiden. Und schneiden und schneiden. Verregen die ihn heraus? Du hast dich doch mal gehört. Auf dich! Hast du mich nicht gehört? Ja, du wirst alle Bessern! Tenk ihn ruhig! Tenk ihn ruhig! Ihr steckt zu und bringt sie weg, holt ihn vor ihm runter, wir brauchen Hilfe. Hallo. Du kriegst einen drauf jetzt, wenn du so schön bist. Ja, du bist der Tollste. Das ist der Schönste. So, als war es gut. Hier sind wir richtig. Ich glaube, wir werden auch wieder hier irgendwie... Hä? Ich bin schon nicht richtig. Doch, eigentlich schon. Irgendwie werden wir auch wieder hier rauskommen, oder? Und schon raus. Ja, ich halte nicht. Aber das kommt ja gar nicht hin. Dann halt nicht. Ich halte direkt hier durch. Na, das sieht doch irgendwie aus. So. Ganz allein in deiner Zelle. Ganz allein in deiner Zelle. Wieso kriegst du nicht das Eis mit den gefährlichsten Gefangenen? Eis und Gefangener? Wahrscheinlich ist das... Der... Wie heißt denn der Eismann-Typ da? Heißt der... Keine Ahnung. Olaf. Ich möchte gerne wissen, wo der sitzt. Ah, guck mal da. Habt ihr gesehen? Die eine Zelle war... ...mit Eis bedeckt. Was darauf hinschließen lässt, dass da... Wahrscheinlich einer von... Alter, 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 alter. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wie komm ich denn da weg? Warte ey, ihr seid so gemein. Warte ey, ihr seid so gemein. Hinten um. Pass doch auf ey. Ich kann nicht genau. Überspringen. Du musst das voll machen. Weg zu klein. Muss ich mal nachher machen. Alter, rum. Oh, das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Alter. Alter. Wenn der mich jetzt kickt... Das gibt's doch nicht. Halt Maul, ey. Gibt's doch nicht. Ich drück. Ich drücke. Ja, komm. Halt Maul. Gib mir doch einen Zeiger hier. Achso, ich stehe schon da. Das wäre natürlich auch eine Taktik, die aufgehen würde. Geh weg. Wenn ich einfach die Leute hier ein bisschen verteile. Alter. Zack, 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 zack. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, da hat einer so einen Schocker. Oh nein, weg, 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 weg. Ich bin ja so gut. Ich bin ja so gut. Voll viel Nass bekommen hier. Oh, das läuft. Oh, das läuft. Oh, das läuft. Ich bin ja so gut. Ich bin ja so gut. Oh. Der Plan hat sich geändert, Kindchen. Aber ich hab mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht wieder aus. Du bist leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein. Nein. Was das denn für eine Animation? Ah, ja, ja, ja. Kick it. Hey, Hände weg von der Wacht! Was hat er denn in den Wort jetzt? Der Video. Du bist der Detektiv. Sag du es mir. Nein, mit dir. Mr. J dich finden. Er ist im Geheimlabor, in den Gärten und... Verdammt. Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus. Du wirst sehen. Ja. Schon sehen. Alter, pack dir einfach rein die Bluse rum. Also, ich bin der Klasse. Harley ist in der Welt. So kannst du das Geheimlabor in den Gärten finden. Ja, Harley war über alle. Also stelle ich den Scanner so ein, dass nur Abwürgezeichen die Chlorophyllspuren aufhört. Okay, pass auf. Ich habe den Rain-Tick-Ratelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden sehr heiß angezeigt. So passiert etwas Schlimmes. So, jetzt machen wir mal jemanden... Oh. Ja. Foto, oder? Die kann ich auch fotografieren? Und wer? Und wer? Und wer? Das ist ja nicht. Das sein kann. Ich muss ja nochmal irgendwie versuchen. Oder geht das nicht, ne? Ja, anscheinend nicht. Soll ich mal da hochgegangen? Hätte mal geguckt. Aber hier ist es... Warte mal. Finden die alle? Die führen alle zu einem Weg, oh hier sind noch ein Riddler, oh hier ist noch ein Riddler, keine weggeordert, keine weggeordert, keine weggeordert, da ist der Eismann, Mr. Freeze, ah stimmt, Mr. Freeze heißt der, Two-Face, Two-Face, da bin ich schon wieder, warte mal, da ist immer eine Tür, Sarah, du machst nicht die Tür auf, hörst du mich, du machst nicht die Tür auf, es ist klar, er ist frei, Ja, das hab ich ja gemacht, aber warum ist das hinterher? Noch zwei Fragezeichen, ach so, hm, 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 das war schon, Gucke ich noch mal, ob es da irgendwo einen Knopf gibt. Tatsache, gibt es hier noch ein paar Aufmachungsdienste. Hier holen wir noch das und dann geht es auch mal weiter. Fluchtenwege laufen jetzt. So viele Sachen. Tja Mädchen. Ich bin ein Badman. Geht es ja jetzt lang? Geht es ja noch weiter? Musst du weiter gehen? Musst du jetzt zurück? Nee. Doch. Auf. Komisch. Geht mal mit. Gut. Das geht's. Gut. 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 Und dann erschaffe ich meine ganz persönliche Armee. Der ist krass. Wir gehen jetzt mal. Oder? Ja. Wir gehen jetzt mal in die Pause. Ich zähle mal die Kopfhörer aus. Oh, tut das gut. Und sehen uns einfach im nächsten Part. Schaltet einfach. Klickt einfach weiter. Auf nächsten. Sehen wir uns. Bis dann, tschüss.